Es gibt einige Sportlerinnen, die sich mit BHs, die einen Rückenverschluss haben, etwas schwer tun. Sie werden den Shockabsorber Active Frontzip BH oft und gerne einsetzen. Denn er lässt sich durch den unterfütterten Frontreißverschluss schnell und einfach an- und ausziehen. Langes Gezerre nach oder vor dem Sport ist somit ausgeschlossen. Mit seinem hohen Support und dem bewährten Bounce-Control-System bietet er dir auch bei intensiven Belastungen hohen Schutz. Die schwarz-pinke Optik mit dem schönen Design überzeugt auf Anhieb, genau wie der feine Stoff. Halt geben dir das Unterbrustband und die breiten Träger. Das Material ist elastisch und trotzdem fest. So erlebst du bei deinen Einheiten eine gute Unterstützung und die nötige Bewegungsfreiheit. Mir persönlich gefällt, dass das Material auch atmungsaktiv ist und sich auf der Haut angenehm anfühlt. Die Belüftung wird durch die Mesh-Einsätze noch verstärkt und so bleibt der Tragekomfort auch an warmen Tagen erhalten. Mit dem Shockabsorber Frontzip BH kannst du dich ganz ungestört auf dein Training konzentrieren. Und du bekommst ihn natürlich über deine Runners Point Filiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.br www.runnerspoint.com.br www.runnerspoint.com.br